Wir sehen, dass diese Demut im Gebet, dass es viele Hadiths gibt, die über den Vorzug dieser Demut sprechen. So sehen wir beispielsweise, dass bei Imam Muslim überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, es gibt keinen Mann, natürlich ist damit auch die Frau gemeint, es gibt keinen Mann, welchen nicht die Gebetszeit ereilt. Also er ist in die Gebetszeit eingetreten. Und er daraufhin die Gebetswaschung auf die beste Art und Weise vollzieht. Und die Demut auf die beste Art und Weise hat, so wie auch diese vorhanden ist in den Verbeugungen, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Sünden vergibt, solange er keine großen Sünden macht und dies das ganze Jahr über. Das heißt, wenn ihr beten wollt, ein Pflichtgebet, die Gebetszeit ist eingetroffen, dann geht zum Wasserhahn und macht die Gebetswaschung auf die beste Art und Weise. Macht es aufgrund von diesem Hadith, auf die beste Art und Weise. Und dann geht zum Gebetsplatz und betet auf die beste Art und Weise und versucht die Demut in jeder Sekunde zu haben. Die oberste Stufe der Demut. Und dann vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass er euch eure gesamten Sünden des letzten Jahres verzeiht. Wie es in diesem Hadith erwähnt wurde vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und hierbei natürlich Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, ich bin zu meinem Diener, so wie er über mich denkt. So soll mein Diener über mich denken, wie er will. So wie du über Allah subhanahu wa ta'ala denkst, so wird er zu dir sein. Von daher, mach diese Taten, diese Gebetswaschung auf die beste Art und Weise. Bete das Gebet auf die beste Art und Weise. Habe den Demut auf die beste Art und Weise. Und denke von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir deine gesamten Sünden des letzten Jahres verzeihen wird. Ja, und dann wirst du auch vorfinden, dass Allah subhanahu wa ta'ala dies tut. Dann wirst du vorfinden, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir deine gesamten Sünden des letzten Jahres verzeiht. Außer die großen Sünden. Diese benötigen nochmal eine was? Eine extra Reue. Diese benötigen, dass eine Person bei Allah subhanahu wa ta'ala bereut. Ja, daakir al-Azhaab, kom mutahdiban. Ja, daakir al-Azhaab, kom mutahdiban.